Servus Leute und Willkommen zurück zu Far Cry 4. Wir müssen aus dem Gefängnis entkommen. Ich würde gerne am liebsten einfach mit Wingshutes und runter segeln. Jetzt können wir ja damit schon umgehen. Das ist so ein Tagebuch, kann ich das nicht aufnehmen? Ich habe keine Waffen, gar nichts. Oh mein Gott, scheiße. Aber die haben das turgische Gefängnis auf 7559 Meter. Ich halte ihn zum Glück, blablabla. Das interessiert mich nicht. So, das schaut nicht so gut aus. Wenn ich eine Spinne wäre, dann müsste ich mich abseilen. Aber ich kann keine Spinne sein, weil sie schon eine ist. Okay, sie ist eine Spinne, das habe ich mir schon... Wow! Was ist denn da... Ja, ich schätze, dass wir da so runter müssen. Ich baue einen Kletterhaken. Wie kann ich einen Kletterhaken bauen? Ich schätze, dass wir... Kommen wir da vorbei? Nein. Wie bauen wir einen Kletterhaken? Kletterhaken. Das Kabel könnte man mitnehmen. Keine Ahnung, wie ich jetzt einen Kletterhaken bauen soll. Ich baue einen Kletterhaken. Ich bin so einsam. Die Eins... Was der Hell? Die Mauern sind dünn! Ist das krank jetzt gerade? Ich weiß nicht... Was ich jetzt genau zu tun habe hier. Kann man da nicht drüber? Schaut nicht so aus. Oh ja, doch. Denke ich mir ja. So... Keine Ahnung, in welche Richtung ich soll. So, gehen wir mal wieder rauf. Was sieht der da? Ich muss irgendwas für einen Kletterhaken brauchen, dass ich mich dort abseilen kann. Nur... Ja. Wie wir am besten an einen Kletterhaken rankommen. Da geht es auch wieder nur runter. Ah, da wäre es außen rum gegangen, okay. Da hätten... Da hätten... Boah, ich will gar nicht wissen, was... Wo der Hell? Was ist... Das ist ja das... Das... Ja, ich sehe gar nichts. Ja... Ich sehe gerade überhaupt nichts. Keine Ahnung. Wir heilen uns jetzt einfach immer wieder. Kann ich mich nicht verteidigen? Irgendwie den niederschlagen. Da haben wir mal einen Haken zum Interagieren. Okay, jetzt habe ich... Hm... Ich habe keine Ahnung, was der... Was das Viech hier ist. Was ist, muss ich mir jetzt die ganze Zwischensequenz wieder... Was? Der ist gerade wieder runtergeflogen, oder? Ich war es nicht, AJ. Was? Was? Ich habe Mohan nicht getötet. Egal, was du gehört hast. Hätte ich jemanden töten können, dann ist er eine Hure von Mutter. Fick dich. Gib einfach auf. Spring, bitte. Wenn du es tust, verstreue ich ihre Asche für dich. Ich checke jetzt gerade... Ich checke jetzt gerade... Habe ich... Hat man den Tod? So, jetzt schaue ich noch... Das ist dann nämlich wieder was gewesen. Das Volk, das diese Stadt in den Fels baute war stark. Ja, komm... Ich komme aus dem Gefängnis. Ich habe hier einen Haken. Das war eine große Kommunisation. Nicht der jämmerliche Vöbel des heutigen Kyrates. So, letztens sind wir links gegangen. Jetzt gehen wir gleich einmal rechts. Vielleicht können wir da irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was jetzt genau zu tun ist. Ich brauche ein verdammtes Seil, glaube ich noch. Wo war denn der Haken? Der war ganz oben. Er war so hoch. Aua, da ist der Haken. Na komm... Interagier doch mit dem Haken. Wieso kann ich den Haken jetzt nicht ziehen? Boah, ach Gott. So, jetzt brauchen wir noch ein Seil, oder was? Ah, darf ich einen Punkt angeben? Boah, einen Kletterhaken. Schauen wir auch einmal mal in die Richtung. Keine Ahnung, ob das der richtige Punkt ist. Da bin ich ja reingekommen, oder nicht? So, wir sollen da rüber gehen. Vor Jahren. Mapaga, mein König. Okay, jetzt ist die Tür offen. Doch deine Mutter fühlte ihn in die Irre. Ich schätze mal da. Ich wollte ihn warnen, aber er hörte nicht. Boah. Nein, da nicht entlang. Boah, scheiße. Ich muss da irgendwo entlang. Ich hab keine Ahnung. Ich darf nicht zu sehr in den Nebel da hinein. Der immer kommt. Aber dann kommt das komische Viech. Ich schleiche jetzt nämlich gerne am Boden. Dass ich da nicht irgendwie zu viel Aufsinneregen rein hau. Scheiße. Das könnte ich gebrauchen. Ah. Oh ja, das. Komm. Wieso nimmt der nicht das Seil? Das hätte ja schon gereicht als Seil. Wieso geht das nicht? Boah, da haben sie so viel verzichtenes Zeug hingestellt, was ein Seil sein könnte. So, kurz mal da verstecken. Dass der wieder vorbei geht. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Die Richtung schaut aber nicht gut aus. Das schaut gut aus, aber... Komm. Ich komme mit Hilfe des Kletterhagens. Leicht gesagt, als getan. Wieso kann ich mich mit dem Kletterhaken nicht verteidigen? Das verstehe ich nicht ganz. Scheiße, da geht es auch nicht entlang. Ich bin gerne in der Hocke, wie noch einmal gesagt. So. Jetzt sind wir wieder da am Anfang. Und runter da. Runter, 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 runter. So, runter mit uns. Checkpoint, Gott sei Dank. Jetzt haben wir zumindest einmal einen Zwischenspeicherpunkt. So. Perfekt. Bitte, ich weiß nicht, was sie uns gegeben haben. Mal runter, ich glaube. Keine Ahnung, wie lange das Seil ist. Ist da irgendwo was zu befestigen? Und ich vollbringe... Wo mein Pagans kaltete! Ich erschaffe eine große... Die wie die Kassion! Noch einmal rausschauen. Vielleicht habe ich irgendwo einen Punkt übersehen. Den, wo ich mich reinhängen kann. Da drüben. Nein, 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 nein. Das war nix. Das war nix. Ich hätte glaubt, dass ich da irgendwie rauskomme. So. Dann kann man mit Hilfe des Kletterhackens. Gott sei Dank müssen wir nicht jedes Mal das Ganze nochmal machen. Das war nix. Scheiße! Das ist jetzt gerade heftig. Aber wieso habe ich meinen Winx-Jut nicht mehr? Dann wäre es ja so einfach. Jetzt haben wir es ja drauf. Dann ist das Seil wieder zu kurz. Und dann passt da wieder nicht auf. Als er mehr und mehr verzweifelte... Na, nein, 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 nein. Das ist eine Berufung. Was mache ich jetzt gerade verkehrt? Ich bin ja vorher schon rübergekommen. Das gibt's nicht. Das kann nicht so schwer sein. So. Ich darf glaube ich nicht Leertaste drücken, zum raufziehen. Ich darf mich nur rüberschwingen. So häng dich da rauf. So, jetzt müssen wir da hin. Wenn ich Shangri-La erreiche, besiege ich Raksha-Zaar! Ich weiß, dass da drüben irgendwo das war. Genau wie Kalinas damals! So, ich bin auf der maximalen Distanz. Scheiße! Ich erschaffe eine große Zivilisation hier in Kürat! So, ich bin runtergekommen. Und ganz kurzen Break muss ich machen. Tut mir leid. Wir sehen uns aber sofort. Hier wieder. Bis gleich! So Leute, weiter geht's! Sorry dafür noch einmal. Aber es musste ganz kurz sein. So, gibt's noch ein Seil, dass ich's verlängern kann? Irgendwie? Na, scheiße! Ich hab gern das Seil meines verlängert, dass das nicht so kurz ist. Das war... Glück, dass ich da jetzt irgendwie häng. Nur, ich komm zu dem Punkt auch nicht mehr. Ja. Aber man muss da sogar so runter. Oder wie? Weil man kann wahrscheinlich anders auch runter, aber... Es geht so auch. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich schätze, wir müssen da jetzt einmal drüber schwingen. Passt. Nächsten Punkt. Da hat's aber jetzt was... Schauen wir mal kurz einmal da rüber. Da war irgendwo ein Vorsprung, oder nicht? Nein, nein. Hm. Falsch. Falsche Taste drückt. Okay, doch nicht. Weiter unten sind noch Haken. So, einfach gerade hinunter. Und nur die Haken, die wir sehen. Wo war denn da einer? Da drüben ist einer. So. So sieht sich aus. Perfekt. 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 Da unten ist der nächste dann schon. Ah! Jedes Mal drück ich beim runtergehen nicht auf die falsche Maustaste. Ist doch einfach die rechte und nicht die linke. So. Und dann mal den nächsten. Was war da jetzt? Super. Bin ich jetzt wieder oben, oder? Na, oder? Was ist jetzt los? Ah, das hat so sein sollen. Weil sonst wäre die Zwischensequenz nicht. Ich bin sicher nicht wieder ganz oben, oder? Nein. Nein. Das ist nicht mein Gefängnis, oder? Schnell umdrehen einmal. Nein. Das ist kein Gefängnis. So. Irgendwie. Entkomme aus dem Gefangenen-Lager. So und wie soll ich da jetzt? Das ist aber nicht der Ernst, oder? Ich mach das. Ich mach das. Ich probier das jetzt aus einfach. Ich seh nur die Hälfte jetzt gerade, aber... Feuer! Er ist wieder ein Hund. Geht da rauf. Da ist nie keiner, da ist keiner, da ist keiner. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Komm, einfach weiterlaufen. Lauft doch einfach weiter, das muss so auch gehen. Nein. Nein. Okay. Ich bin zwar schon weit gekommen, aber ich glaube nicht sehr weit. Jetzt muss man irgendwie anders machen, dass ich ihn ausschleiche. Ich bin auf keinen Fall... Okay. Das ist einmal nicht so schlecht. Wir haben eine Waffe. So, da ist irgendwo eine Alarmglocke. Okay, das war's einmal mit dem. So, da ist... Boah, da ist oben einer am Turm. Das gibt's nicht. Na, wo ist der? Ja, und wo ist der? Und wo ist der? Werden wir uns aus dem nächsten Bad ausschauen, wie wir aus dem scheiß... Gefängnis rauskommen. Ich will aber den Typen da noch kriegen, auf jeden Fall davor. So, kurz verstecken. Ja. Wir machen's ganz einfach so, wir sehen uns im nächsten Bad wieder, wenn's hier weiter geht beim Gefängnisausbruch. Bis dann, tschüss.